Hallihallo Freunde und herzlich Willkommen. Mein Name ist CationLP und wir zocken heute mit Blaze und unserem Knecht Robocop oder wie er heißt. Hallo. Hallöchen. Hallo zusammen. Kurz davor in den Nether zu gehen. Also kommt rein hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das letzte Mal war hier ganz viel böse Scheiße am Werk, am Start. So, mal gucken, baut hier noch alles auf. Ich verstehe das nicht. Warum sind hier so scheiße viele Nether-Portale? So viele? Ja, so drei sehe ich gerade. Vier, fünf. Ich habe keine Ahnung. So, doch mal gucken. Ich weiß nicht, warum hier Nether-Portale sind. So viele. Ich habe echt keinen Plan. Es wurden immer mehr irgendwie. Es waren nur eins. Und jedes Mal, wenn wir erneut runtergekommen sind, sind wir woanders rausgekommen. Und zwar beim neuen Nether-Portal. Lass doch aufpassen, hier diese Schweine, die sind ganz böse. Ich sehe Glowstone. Wo seid denn ihr? Ich bin hinter dir. Wo bist denn du, Blaze? Du Nase. Hier oben. Wo? Ach da. Pass auf, da kommt schon wieder so ein Vieh. Ein Brennender Ball. Ja, normalerweise tun dir ja die normalen Viecher nichts. Bei mir sehen die, solange du die nicht angreifst, bei mir sehen die aus wie Darth Vader. Echt? Oh, ich höre schon wieder hier so ein riesen Flummi. Die greifen auch nur mich an hier, Blaze. Die können dich heute nicht leiden. Die wissen schon, warum sie dich angreifen. Wow! Da kommt was geflogen. Ja, da ist dieser Marshmallow wieder. Fuck! Es sind hier viele Viecher. Los, kämpf! Leute, kämpf! Blaze! Blaze! Blaze, du musst mitkämpfen, sonst packen wir das nicht. Wir bräuchten einen Bogen. Habe ich! Wow! Da kommt wieder so ein Schweinevieh. Mach's fertig! Es ist tot! Droppt das Ding auch was? Was? Ob er von dem Ding auch was bekommt? Sieht mir nicht so aus. Ne, ne, mach's fertig da, die komischen Schweine. Jetzt kommen sie wieder alle. Also mich greifen sie nicht an. Ach, die sehen ja hier gar nicht aus wie Darth Vader. Mach hin, Blaze! Was machst du? Du musst mir helfen! Warum greifst du die an? Also ich habe keine Probleme. Weil die mich angreifen. Jeden wird es verdient. Ja, du sollst dir aber angreifen, damit sich der Angriff verteilt auf 3 und nicht nur auf uns beide Blaze. Du verstehst es nicht. So, dann kommt mal hier, ihr Schweine. Ich... Au, au, au. So, dann lass mal ernten. Hier ist schon mal was. Gott, sind das viele Portale da unten, wie ich weiß, ob es heute noch nicht. Ey, ja. Das stimmt allerdings. So, kommt da einer mit hier? Robo, äh, Martin? Jo, ich bin auf dem Weg. Da hieß die Schweineplatte. Also du kommst die, ich bau die gerade mit Erde ab, ohne Probleme. Das sind so viele. Ja. Jo, dann bau mal ab, wir sammeln einen. Jo. Und schön verteilen, nicht dass einer alles hat und dann verreckt oder so. Und aus den Dingen aus diesem Staub machen wir dann quasi die Laternen so. Ihr wisst aber schon, wie wir wieder zurückfinden nachher, ne? Äh. Vielleicht sollten uns das markieren, irgendwie. Ja. Ich komm gleich wieder, ich mach mir mal schon ein Waypoint. Ne, bleib doch, hier kannst du doch den Waypoint machen Blaze, von hier aus sieht man es doch. Ähm. Ja. Ja. Ja, mich greifen die auch sofort an. Sollen sie doch, wenn es ihnen Spaß macht. Los, lasst sie weg, Messen hier die Schweine. Ach, Moment, mir fällt was ein. Was fällt dir ein? Ich brauche epische Musik. Das ist doch scheiße geil Blaze, jetzt bau die Scheiße ab hier, wir sind mit dem Kampf. Ach, ihr macht das schon. Na, klasse. Ja, wollen wir da hinten noch, aber die sind ja, Gott sei Dank weit weg. So. Da ist jetzt schon ein Erdhügel. Ja, ich warte ja schon mal hier. Ja, waren wir auch. Das Ding ist nur, man braucht tausend von diesen Dingern, um vernünftig viel Glowstone zu machen. Nö, es geht. Vier Stück für einen. Ja, aber da fliegen ja drei, vier raus, ne? Was? Da kommen ja drei, vier Staub raus aus dem Ding. Jaja, vier aus einem. So, dann mal kurz meine Erde umsetzen. So, Blaze, wo gehen wir jetzt hin? Ach so, das ist ja noch was. Ansonsten, Martin, kannst du schon mal? Ja. Da hinten zu diesem großen Ding, siehst du das da? Ja. Da so quer rüber, hast du genug Material mit? Äh, ne, gar nichts. Ja. Kaputt, 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 fix. So, da wird es dunkel. Da ist doch noch einer. Wo? Da legst du gar noch was drauf. So ein Cheat? Möchte mir nicht gefallen. Oh, einmal nach oben, ne? Denn oben ist der schön. Das Schwein macht auch nichts mehr hier mit mir. Ach, hier. So. Auf einmal sind die ganzen Schweine wieder friedlich, du. Na, sei doch froh. Gelernt. So soll es ja auch sein, ne? Weil wir die Population schon ausgerottet haben, deswegen. So, wo hätten wir denn den nächsten? Wie soll ich da bitte hinkommen? Da muss ich 10.000 hochbauen. Ich brenne, ich brenne. Soll ich dich schlagen, Blaze? Wow. Was war das? Warte, warte. Müsst eigentlich gehen. Oh. Ich bin grad von irgendwas angegriffen worden. Wahrscheinlich von so einem kleinen Marshmallow. Ja. Da ist er, der Marshmallow. Geh weg da. Pfeil und Bogen. Ey, das war Facepalm. Ja, Mann. So, da hinten ist ne ganze Menge. Rechts. Da. Siehst du das Blaze? Rechts und links. Blaze Ball. Oh, hier, die baue ich ja ab. Nur dann gehe ich gleich mal zu den Nächsten, ne? Ey, warum wollte ich denn gar keine Spitzhacke mehr mit? Brauchst du nicht. Baue sie ohne ab. Ja, ich sterbe gleich. Schade um die Spitzhacke. Weil ich gerade von ein paar Skeletten und Zombies ange... Ja. Scheiß wurde. Beim Zombie Pigman. Ausnahmsweise, aber auch nur, weil der Praktikant ist. Gut, ist dein Zeug wieder, Tiger. Ja, auf dem Weg. Aber, wie komme ich jetzt hin, ohne dass ich Gefahr laufe? Wieder mal von 10.000 Zypen. Keine Ahnung, aber wenn dann auch dein Schwert liegt, dann solltest du dich mal beeilen. So. Nicht runterfallen hier. So. Also der Glowstone hier in 1, 2, 5 ist hässlich. Ja, ich glaube, das liegt am Texter-Pack. Naja, im 1, 3, 1er sind sie schöner. Findest du? Ja. Also bei mir in meinem Texter-Pack. Bist du da auch schon im Nesse angekommen? Ja, klar. Ich habe ja auch schon hier Laternen gebaut. Wir bauen keine Laternen. Ich meine, wir bauen keine Laternen, denn die sind hässlich. Richtig. So, wo bist denn du, Blazeball? Abbauen. Wo denn? Äh, im Prinzip, äh, du bist nach links gegangen zu dem Ding und ich nach rechts. Da hinten sehe ich es ja schon von der Decke fallen. Wo? Da hinten links, hinter diesem Hügelchen hier. Äh, jetzt bist du weg. Ich sehe dich nicht mehr. Ach, da. Ist das immer so dunkel hier. So, den Waypoint hast du aber noch gesetzt, ne? Weißt du, wie wir da hinkommen? Oh, ich glaube schon. Irgendwie. Scheiße, ist das so. Ja, wollen wir? Weiter? Da hinten sieht er auch noch eine große Ader. Aber da kommen wir nicht ran. Ja. Komm, Blaze. Da ist noch einer. Der möchte mitgenommen werden. Und außerdem sagst du dir, du hast da einen vergessen. Richtig. Vergiss sie auch immer. Hm, sorry. Ich höre hier irgendwas Böses. Ja. Ich auch. So. Ja, da werden wir ja schlecht rankommen. Wir laufen mal weiter nach da unten vielleicht. Aber da ist auch nichts mehr, Blaze. Ja. Warum ist hier so wenig Klo-Sturm bei uns? Äh, weiß ich nicht. Oder sollen wir uns einfach da hier rüber bauen? Also ich habe jetzt mittlerweile zwei Sticks und ein Heubis. Ja, das heißt, wir haben, dann hast du ein Viertel Stack insgesamt. Weil du aus vier von diesen Staubdingern nur einen Stein machst. Ja. Das ist nicht viel. Nicht? Nee, absolut wenig. Ich habe 49, glaube ich. Ja, das ist genauso wenig. Nein, 52. Mein Fehler. Ich habe irgendwas um die 150. 200 knapp. Aber ist immer noch zu wenig. Warum ist denn da unten kein Glowstone? Und warum ist da unten Kies? Oder Stein ist das? Oh, einmal hier. Ja, bitte. Warum ist da unten Stein? Keine Ahnung. Ach, ich habe einen goldenen Helm übrigens. Goldenen Helm? Ja. Woher? Wahrscheinlich. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht aufgenommen von irgendeinem Monster. Von dem Schwein. Setz ihn auf, den epischen Helden. Ach, das steht ja gut. Ja, das ist so die Krone. Okay. Stimmt. Kannst du mir die bitte geben? Okay. Ergibt sie mir wirklich. Ich bin gekrönt, Blaze. Cajun, der König. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, Blaze. So fährt ja alles vorbei da. Da muss, okay, Praktikant. Ja. Du musst ganz nach unten alles einsammeln, was vorbeifällt. Ja, kommt der Freude auf. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier am besten runter? Blup, blup, blup. Keine Ahnung. Das ist dein Problem. Au. Auf jeden Fall sehr aufmerksam. Jetzt war der Mann, da mache ich das Ding hier noch ein bisschen breiter. Ach, hier ist es immer so heiß in der Höhle. Da muss man immer jede Menge snacken irgendwie. Ich hack mich jetzt denn hier rum eigentlich. Wo soll denn das überhaupt jetzt unten? Ach, hier sehe ich es doch schon. Habe ich noch Erde? Au. Wow. Ich habe mit einem Herz überlebt hier unten. Oh Mann. Ja, man sollte nicht in den Momentar gehen, wenn man Schiff gedrückt hält. Ja, das stimmt. So, ich denke, unten habe ich alles aufgesammelt. Ja, warte, ich hacke noch was runter. Vielleicht kommt ja wieder nicht zu Potti hier. Oh, ich sehe nichts so dunkel. Hier, du bist über mir. Da habe ich mich auch runtergehackt irgendwo. Lalalalalalalala. Ah, da liegt es wieder. Es gibt jede Menge Glowstone. Oh, grundsätzlich nichts an. Also ich finde es schluckkacke, dass da so wenig rauskommt. Ja, aber es sollte eigentlich reichen, ne? Vorerst mal. Ja, weiß nicht. Nee, ich will ja hier, für meinen Pool brauche ich ja auch noch jede Menge. Weiß ja gar nicht, was ich vorhabe. Wir brauchen viel mehr. Du willst doch hier... Ich will ja gleich mal in die andere Richtung. Du willst doch hier nur einen Whirlpool machen, aber den kannst du dir ja auch so machen. Da musst du dich einfach nur reinsetzen und drücken. Was drücken? Ja, einen eigenen Whirlpool machen. Reinsetzen und drücken. Hier schön einen abdampfen lassen. Eine Kackwurst oder was? Jo. Das stinkt doch. Macht doch nichts. Dann sollen wir schon wieder bei Kaviar spielen. Und bei mir... Ich dachte, das Thema hätten wir abdampft. Bei mir lagts ein bisschen. Aber wenn Blaze damit schon wieder anfängt. So. Haben wir jetzt alles eingesammelt? Oh ja, so gut wie alles. Ich muss ein Häufchen aufsammeln. Wo wir wieder beim Thema sind, ne? Stimmt. Oh man, ihr seid so versaust. Es laggt. Bei mir nicht. Bei mir hätt's aber eben auch gelackt. Irgendwas ist hier wieder... Ach, da hinten ist da. Scheiße. Das Kuschelmonster ist wieder da. Ja. Wie komm ich denn jetzt hier wieder hoch? Ah nee, da sind wir zu viele Viecher. Oh, also kann ich nicht schießen. Und bei mir ruggelt's. Wo seid ihr denn? So, lass mal wieder am Tor treffen. Gut, dass ich jetzt weiß, wie ich da hinkomme. Bist du noch da unten? Ich baue mich gerade hoch. Jo, dann komm mal her. Pass auf, das schießt was auf dich. Komm. Ja. Boom. Das sieht von dir echt gut aus. Römmts. Boah, jetzt lagts. Stirb doch. Scheiße. Au. So, ich haue jetzt ab. Da ist noch eins, oder wie? Ja, ja, kommt ihr mit. So langsam dürften wir uns hier wieder verpieseln. Ja, irgendwie wird die Luft heiß. Jo, hier zu mir. Ja, warte mal, lass mal auf den letzten noch warten. Ja, ich bin ja auf dem Weg, aber... Boom. Jetzt brennt er auch noch. Ja, wir sammeln gleich seinen Shit ein. Komm. Hast du was gegessen? Friss was. Ja, mach ich jetzt. Nicht die Viecher hauen. So, Blaze, du bist aber wo? Wo müssen wir hin? Äh, an dem Ding vorbei. Ja, das ist was mit Messern kalt machen. Mit Schwertern. Los, Jungs. Ich lenke das Feuer einfach mal auf mich. Irgendwie schießt es dann nicht immer auf mich. Das ging es aber einfach. Was hast du denn gekriegt? Oh, ich hab sogar was bekommen. Äh, ne Ghost-Kristalline oder sowas. Ne Kristalline? Ne, ne Gasträne quasi oder sowas. Okay, das ist dann der Pfurz in der Bubble. Wartet mal, Jungs, bevor wir abhauen. Können wir hier nicht noch irgendwas holen? Da hinten ist doch was. Kommen wir aber nicht hin, oder? Jo, ne, das ist Lava. Das ist los, oh, ne, einfach hier runter. Da unten rechts, weißt du, siehst du, was ich mein? Komm, lass uns da hinlaufen. Ach ja. Lalalalalala laufen. Scheiße. Oder fallen. Oder fallen, genau. Ich denke schon, dass wir da, kommen wir da hin? Nein. Oh, epische Schlucht. Epische, epische Schlucht. Das ist aber viel zu hoch. Anders in der Ecke kommen wir vielleicht rein, oder? Ja, da will ich ja hin. Hast du? Ich hab noch 46 Erde, oder was das ist. Ja, genau. Kannst du das mal hier rüber bauen? Ich kann es versuchen. Also ich will jetzt nicht rüberspringen. Ah, gerade lag das bei mir. Ich gerade stand. Ähm, Blaze? Ja. Bleib mal bei uns bitte, wir finden uns nie wieder zurück. Ja, ich bin hier oben immer noch. Ja, komm mal zu uns. Ich baue euch einen Weg nach oben. Jo, das ist eine gute Idee. Fluchtweg. Und dann können wir auch gleich mal so ein bisschen von dem Stein mitnehmen. Ja, die sind auch gut, die brennen nämlich immer schön. Jo. Da kann man nämlich auch Licht mitmachen. Stimmt, könnten wir auch vereinzelt welche anzünden. Richtig. Das sieht ja richtig romantisch aus. Ramonpisch. Heißt deine Freundin eigentlich Ramona? Nein. Achso. Deine Mutter? Nein. Dein Vater? What the fuck, was ist das für ein Vieh? So. Ich will es schnell verpissen. Aber jetzt kannst du springen. Und so hoch springen. Ja, wahrscheinlich kannst du fliegen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. So, Blaze, ich glaube, wir müssen los. Bin hier schon am Baum. Nee. Dieser Wind, der hier auch pfeift. Komm, Baseball. Schneller. Du bist so lahmarschig. Armarschig. So. Hopp. Gott sei Dank. Nicht gestorben. Kann man eigentlich diesen Glowstone... Nee, kann man nicht fressen. Braust du was zu fressen? Ich habe noch was. Nee, ich habe noch neuen Brote. Ich wollte es nochmal probieren, weil es gerade so lecker aussah. Ah ja, okay. Hier ist unsere Holzkiste. Das heißt, da unten ist unser Portal. Und dann könnten wir ja hier links noch gucken, ob hier noch irgendwo Glowstone versteckt ist. So, einmal hier raus. Sieht es noch? Nein, ich sehe es gar nicht. Blaze? Ja, bitte. Siehst du mich? Hier. So, kommt mit. So, mal noch ein bisschen eingesammelt hier. Hab das Kriegerchen. Da, da, da. So, hier müssen ja eigentlich noch jede Menge sein für den epischen Material, welches wir brauchen. Meinst du, wir brauchen noch so viel? Jede Menge. Jede Menge. Du wirst stecken, wie wenig das ist. What the fuck? Ja, man kann ja immer wieder reingehen, ne? Ich habe fast keine Adventure-Map hier. Ach ja, äh, was ich sagen wollte, äh, obligatorische 17. Nur so zur Info. Ja, ist schon mal. Wir müssen erst genug Glowstone suchen, bevor wir hier abbauen und die Folge beenden. Müssen wir das? Ja, müssen wir. Aber hier ist, lass uns mal da runter gehen. Da war ich eben, war glaube ich nicht mehr viel. Da unten warst du schon. Ja, eben als ich das eben einsammeln musste, oder? Ja, das war ja ganz woanders. Okay. Die Orientierung des Grüßen? Genau. Bloß nicht diese Viecher schlagen. Blaze, bist du noch am Start? Nur hinter euch, wo sonst? Ist das Lava oder Glowstone? Das ist Lava. Sicher? Sieht fast aus. Du kannst gerne mal, geh mal rein, komm, geh rein. Und probier mal ein bisschen. Nee, nee, danke. So ein Lava-Board hat doch auch was. Weißt du noch, wo wir sind, oder? Soll ich dich schubsen? Mhm. Scheiße. Also, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erst mal die Glowstones. Da müsste man doch rankommen. Oh Gott, ich leckt. Ja, bei mir auch gerade. Sieht ihr das da oben? Ja, da kommt es nicht dran. Nee. Klar, wir müssen einfach nur da den Berg hochlaufen. Kommt, Leute. Wir müssen nur an der Lava vorbei. Wo willst du denn da hochlaufen? Kommt mal mit hier. Ich zeige euch das. Meine Güte. Pass auf, dass ihr nicht in die Lava fallt. Amateure, wart ihr noch nie hier im Nether, oder wie? Nein. Ihr könnt ja einfach hinspringen, nur. Laufen, springen, laufen und springen. Cajun, die Bergzieger am Start. Wer noch? Nee. Richtig. Ich bin angekommen. Ich weiß ja nicht, wo ihr bleibt. Hinter dir. Also, ich schaue euch hier von sicherer Entfernung zu. Ja. Ah, da hinten sehe ich auch noch was. Ich gehe mal kurz gucken. Lauf hin und hol es dir. Ja. Schnapp sie dir, Tiger. Keine Monster, nichts. Vielleicht, du musst dir irgendwann auch mal selber Sprüche einfallen lassen, ne? Nö. Du kannst ja nicht mal meine Klauen. Doch, du bist ja der große Meister. Ja, ich weiß. Und du weißt ja, man klaut ja nicht, sondern man, ähm, man holt sich ja nur Anregungen, weil es einem gefällt. Ja, aber da musst du es auch abwandeln, wenn du es so siehst. Schnapp sie dir, Wildsauer. Genau. Lass mal hier weiterlaufen. Äh, das noch immer. Ne. Bei mir leckt es auch gerade. Das heißt, wir gehen jetzt nach Hause. Ja. Nur gucken, wie wir da wieder hinkommen. Bin ich hier schon. Wo bist du eigentlich? Ich war jetzt hinter dir. Äh, wieder am Decken. So. Jetzt. Ich höre hier irgendwas Böses. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Hauer. Ist ja irgendwas schießt hier schon, glaube ich. Ne, ich bin nur runtergefallen. Ach, na denn. Hört sich an wie Papi oder sowas. Das ist dieser Marshmallow. Ach, da oben. Komm. Jo. Andere Richtung. Hier nach oben. Oh. Hier nach oben. Hier nach oben. Sicher? Sicher. Wie lang? Ne. Ja, da wollte ich doch eben hin. Ja, könnte man jetzt im Nachhinein schon sagen. Meine Güte. So, seht ihr noch irgendwo Glowstone? Äh, ne. Lava. Gegner. Das sind keine Gegner. Das sind unsere Freunde. Da ist wieder ein Dicker. Wow. Ja, vorsichtig. Der schießt auch schon. Oh, ja. Volltreffer. Auf die Nase. So, weil wir fertig machen, oder? Ne, komm, noch mal hier runter. Hier unten ist das Portal. Ja, aber der wird uns jetzt noch folgen, ne? Der zündet das auch an zur Not. Och. So schnell ist der doch gar nicht. Ah, aber der kann weit schießen. Und wenn der das Portal trifft, das ist nämlich das Doofe. Da geht's aus. Wenn's aus ist, dann kommen wir nicht mehr raus. In das hier rein? Jupp. Lalalala. Ab nach Hause. Äh, ja. Oh, was war das? Es, es gewittert. Cation, ich hab Angst. So, lass nach Hause gehen. Hier, wir können mal kurz Zwischenstopp machen und gucken, was wir noch in der Kiste haben, hier vorne. Im Strandhäuschen. Und hier, den können wir auch mitnehmen. Die blinde Zerstörung. Ja, ist ja egal. Hier kommen wir irgendwann nochmal her. Das bauen wir auch irgendwann nochmal weiter. Auch mit Glowstone und so. Aber jetzt brauchen wir erstmal alles, was wir kriegen können, damit wir unseren Bauernhof absichern können. Wer war das? Hast du das, Blaze? Na, ich hab nur geguckt, weil mein Inventar voll war. Was ich hier wegschmeißen kann. Dann schnell rein in die gute, warme Hütte. Ich werd nass. Ach, hier ist es immer noch gemütlich. Ein bisschen leer sieht es hier aus inzwischen. Ach ja. Die ist leer und hier ist noch ein bisschen was drin. Pumpkin sieht es. Zwei Enderpearls, 15 Sheen und haufenweise Saiblinge. Also im Grunde genommen ist hier nichts. Doch. Kürbiszaumen. Kakaobohnen. So, wir können jetzt, können wir, warte mal. Pupp, geht das? Ja, lass uns gleich mal hier jeder unseren Shit umwandeln in Glowstone. Können wir? Kannst du im Inventar machen. Nuh. Wie? Ja, vier. In jedes Fall eins. Ah, okay. Genau. Äh, so war's genau. Zack. Also ich hab, äh, 50 Stück. Stone? Ne, ja, hier, Glowstone fertig. 50 Stück. Nur. Das ist voll wenig. Ich komm mir grad am, noch am zusammen machen. Ja, ich hab auch nur 47 und drei Einzelne. Sag ja, das ist nicht viel. Es reicht. Ich hab 130. Ja, also. Ich hab drei, vier Goldnuggets. Ja, die hab ich auch. Aber was man damit machen kann, was weiß der Geier. Dann können wir noch die Kakaobohne mitnehmen. Oh, wir haben hier Schienen. Ja, nimm mit. Das Braust Blaze. Ja, aber natürlich. So, die ist leer. Okay. Dürfte reichen, ja? So, lass ausgehen. La, 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 la. Skelette. Die fühlen sich hier wohl im Regen. Weißen wir mal, wie wir da hinkommen. Jo. Äh, Schwertputt. So. Vielleicht treffen wir ja irgendwie unterwegs mal einen Hund oder so. Oder vielleicht, äh... Eine Spinne. Moment, da hab ich eine Idee. Aber nee, das reicht von der Zeit her nicht. Ja, dann komm jetzt. Ah, Zombies. Ich hab mich überlegt, aber ich kann dir hier mal die Augen offen halten, ob hier vielleicht irgendwo ein Rind rumläuft. Ja, aber bestimmt schon hier 30 Minuten rum. Wir müssen jetzt nach Hause, Blaze. Äh, nö. 25. Creeperline, oh Creeperline, du sprengst alles so wunderbar. Wisst ihr auch, wo ihr landen müsst eigentlich? Ich lauf euch hinterher. Gut. Sollt vielleicht mal mit was futtern. Wie steht mir eigentlich meine Krone, Blaze? Das hast du noch gar nicht gewundert. Wunderschön. So. Ja, find ich auch. Ist irgendwas von Blitz erschlagen worden? Nein. Schade. Oh. Nee, wo seid ihr überhaupt? Ähm, bin mal geradeaus. Ach, da hinten sehe ich Fleiß. Ach, hier ist die Lava, siehste? Ja, das ist gut zu wissen. Da könnte man eigentlich auch nochmal mitarbeiten. Das ist dann das Thermalbad, oder? Ja, genau. Da kannst du dich ja gerne reinlegen. So, ich bin gleich zu Hause. Und ihr so. Ich bin hinter dir. Da, da, da. Da ist ein Creeper. Und noch ein. Hinter dir, aber du bist ja auch schon vorbei. So, schnell nach Hause. Ich habe Angst, wenn es gewittert und regnet. Doch, sei doch nicht so. Blaze, lass doch nichts. Blaze. Ja, bitte. Du sprichst auch nicht mit jedem, kann das sein. Doch, ich habe doch gerade was gesagt. Bist du hier heute taub? Hallo, ihr Fotzen. Kommt her. Explodiert doch. Ich muss ja nur noch kurz ein Skelett töten. Mehr nicht. Du hast doch einer. Okay, ich sehe schon, wir brauchen einen neuen Praktikanten. Wieso? Der den Löcher zumacht. Ach so. Okay. Ja, du hast gesagt, einer kommt noch. Ich bin gleich tot. Brauchst du das? Snacken? Ne, ich snack gerade schon. Okay. Snack, 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 Snack. Snack. Gut, Blaze. Ja. Ach, der Pool sieht so awesome aus. Ich bin schon lang hier drin im Haus. Du Scheiße. Wir haben wieder hoffenweise Mobs unten. Was sonst? Du hast ja noch nicht mal den Weg fertig gemacht. Ja, du hast ja mich gehetzt. Gott, oh Gott. Na ja, mache ich selbst. Das ist schon. Blaze. Aus dem wurde ich von Creepern angegriffen. So, dann lass uns mal alle pennen gehen. Wo dein Praktikantenzimmer ist, weißt du? Äh, hier. Genau, richtig. Ach ja. Ein schönes Bettchen. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein und Schlechtnimmer. Und auf Wiedersehen. Wir sagen Tschüss. Der Part ist um. Bis zur nächsten Folge. Recht herzlich bei Martin, dass er dabei gewesen war so lange. Ich habe zu danken. Es war sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Ach, und jetzt, wo du das sagst, dann geht die Sonne auch wieder auf. Ja, er verpippt sich und nimmt den Regen mit, der auch mit ihm hierher gekommen ist. Ja, so sieht es aus. So sieht es aus. Ja, und wenn du Bock hast, wieder mal irgendwas mit uns zu zocken, dann gewinn einfach beim nächsten Gewinnspiel und dann bist du herzlich angeladen. Ich tue mein Bestes. Jo, alles klar. Willst du auch irgendwie grüßen? Puh, nö, eigentlich nicht. Kennst du keinen von YouTube? Na, doch, aber keine Ahnung, ob die zugucken. So DJ Noob oder sowas? Nee, den kenne ich nicht, den habe ich nur mal gesehen zwischendurch. Alles klar, gut, dann hau rein. Jo, tschüss. Ciao.